In dem Moment, wo ich diesen Film hier bespreche, verzeichnet Google über 700.000 Treffer, wenn der Name Wolfgang Rademacher eingetippt wird. Ein Zufall ist das garantiert nicht, sondern das Resultat systematischen Vorgehens bei meinen Langzeitprojekten. Ich will im World Wide Web so richtig bekannt werden. Und das habe ich geschafft. Wobei Sie wissen müssen, ich bin weder der geborene Webdesigner, noch habe ich jahrelang die Kunst der Suchmaschinenoptimierung studiert. Nein, meinen extrem hohen Bekanntheitsgrad im Web verdanke ich Methoden, die jeder Laie anwenden kann. Er muss es nur wollen. Lassen Sie sich dabei helfen. Von meinem Ratgeber, bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Lassen Sie sich von mir in sehr leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie Sie beispielsweise mit Ihrer Verkaufshomepage erstens bei Google und zweitens bei Ihren potenziellen Käufern Spitzenplätze in der Bekanntheit belegen. Sparen Sie sich das Geld für teure SEO-Experten. Legen Sie lieber selber Hand an und werden Sie in kürzester Zeit zum Stadtgespräch im Internet. Und das fast zum Nulltarif. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgshonline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher